Ich möchte mich für mich verletzten, aber ich weiß nicht, wie viele Jahre ich bin. Sie können noch etwas sagen, über sich. Wir sind von der Schule, wir haben uns 5 Jahre alt. Der Schalter war noch früher. 6 Jahre! 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 7 Jahre! 9 Jahre! 9 Jahre! 10 Jahre! 11 Jahre! 12 Jahre! 13 Jahre! 13 Jahre! 14 Jahre! 15 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 Jahre! Ich saß noch nie so lange, weil der Hänger Kraft gab und ich stehen konnte. Und Pastor Szeneda sagte, dass der Herr eine Person den Rücken hält. Und es war wirklich so, als ob jemand heißes Wasser auf mich gegossen hatte und mir anschließend dieses Wasser gab. Und man sollte es durch meinen ganzen Körper gehen. Und sie spürte, dass diese Wärme fünf Tage lang auf Erd war. Und seitdem hat sie kein Problem mehr mit ihren Rücken. Sechs Jahre lang ist sie gesund. Und davor sagt man ihr die Ärzte, dass sie nie wieder auf Stöcklischuhen laufen wird. Und sie glaubten natürlich daran nicht. Weil der beste Ärzte Jesus ist. S. 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 S.